Willkommen zurück bei Infested Planet. Die zehnte Folge messen wir gerade. Die Story-Mission war echt heikel. Au! 17 Minuten. Bisschen überzogen, aber ist ja nicht so wild. 33.000 Aliens vernichtet. Wow! Ich freu mich schon auf die Typen, wenn wir die Gatling bekommen. Oder ein Rocketfire oder was auch noch bekommen. Mal sehen. Continue. 30.000. Woo! Mortar. Mortar ist ein Offensive Structure, Scan, ICP, Use, Welford. Ah, das ist, was wir vorher schon gesehen haben. Geil. Sniper! Wir machen, denke ich mal, eine Extra-Mission. Extra-Flamer, Offizier, Medipop, Shotgun, Missionary. Wir holen uns einen Extra... Sniper, um ihn auszuprobieren. Und gehen mal in so eine Mission hier rein. Random Mission. Story machen wir danach. Random Mission. The Lightning Creek... Ja, Random halt. Ist halt immer besiegen. Und überleben. Ist ja quasi nicht viel mehr. Ein Sniper. Was der wohl macht? Wir machen die Heilstation hier oben hin. Und geben uns noch einen Schrot. Sauber. Und damit können wir angreifen. Alter, die haben den Turm eingenommen. Übernommen. Ist eigentlich unser. Der Sniper ist ja Hammer. Alter, der zieht vor die Schneise. Boah. Das gefällt mir wohl. Heilungsstation. Juhu. Juhu. Die haben wir in einem anderen Level machen sollen. So wie die verreckt sind, ey. Weg damit. Uah. Komm schon. Wir müssen darauf gehen, ey. Boah, geht doch. Das ist gemein gewesen. Feuer frei. Juhu. Übernimmt's mal. Macht die restlichen platt. Sechs haben wir. Wir holen uns noch eine Person hinzu. Ah. Wir haben uns geholfen. Uns wird geholfen. Mhm. Wenn ich noch ein paar Punkte habe, kann ich hier Minen hinmachen oder irgendwas. Ach, da oben ist einer der Spawn. Was machst du denn da? Böse, böse. Wie gesagt, dass du da hin darfst. Feuer. Los, komm her. Du musst hier unten kämpfen. Die Schwerter werden hier unten benötigt. Yes. Dann. Ja, wir brauchen da unten ein Geschütz. Komm mal her. Und zwar. Turrent Tower. Dahin bitte. Die anderen bauen hier unten fleißig. Das wäre mir lieb. Waaah. Geld. Und zurück damit. Gut. Der, denke ich mal, der kriegt es hin. Der eine. Vier. Wir machen hier mal einen Schrot draußen. Die Schrot sind doch schon ein bisschen geiler. Die kriegen das, denke ich, hin. An der Seite. Zieht mal durch hier. Rockets. Rockets. Sammeln eine. Rockets. Das geschütztes legt los. Das ist schön. Eine neue Person ist anscheinend gestorben. Tut mir leid. Wir machen da draußen mal ein Kommando. Wo wir noch ein bisschen mehr reißen können. Und ein bisschen mehr Geld. Juhu. Da uns auch Geld. Oh. Gut an. Bring mal zurück. Drei. Sechs. Hier unten ist noch eine Person. Hier hin. Der ist hier. Wir halten noch. Einer da unten. Ach komm. Wir ratzen erstmal alle nach. Alle noch da. Ja doch. Müssen sie schnell genug haben. Es geschütztes Gold wert da oben. Na dafür ist ein Geschütz ja ein Geschütz. Damit es Gold wert ist. Nicht ganz, aber so ungefähr. Ihr wisst es schon. Es erfüllt seinen Zweck. Low Ammo. Ja der füllt auf die Ammo. Wat los? Ne. Geschütz. 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 Ähm. Nach da. Gut. So. Juhu. Attacke. Das eine war oben mit auch ein bisschen heikel. Ich schick den mal nach da. Wissen helfen. Dann schick ich hier hin. Geschütz lässt. Lass ich da. Ja gut. Bleibt nicht viel Auswahl. Rakete. Gut. Ihr Schrote hilft ein bisschen. Wird sonst ein bisschen viel. Und das ist überflüssig. Hab ich grad gemerkt. Was können wir noch draußen machen? Firefighter. Yeah. Feuer. Burn. Baby. Da. Zauber da oben. Bam. Was passiert jetzt? Die werden ja immer stärker. Die Viecher. Holen wir uns noch ein. Ähm. Die machen das schon. Dann ratzen wir da hin. Läuft gut. Muss ich sagen. Für so ne. Aber wer weiß was noch kommt. Der schlimmste kommt bestimmt noch. Dann geht mal da rum. Die Heilungsstation ist eine Bombe. Die ist eine Wucht. Der ist auch anderen zusätzlichen Effekte. Und sauber. Die könnt ihr auch schon fast abziehen. Aber lieber nicht. Bei der Masse hier. Na. Ach da unten. Oh. Renn da hin. Laufkumpel. Wir müssen hier aufpassen. Shield. Aha. Ein Schutzschild. Oh. Der Firefighter ist geil. Der dringt die erstmal zurück. Und macht Schaden. Was haben wir hier? Hier können wir noch einen. Ach. Schrot haben wir rein. So. Du holst mal schnell die Punkte da unten. Gibst du denn ab? Juhu. Fünf. Fünf, 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 fünf. Den Schrot zurück. Und Feuerfighter draus. Yay. Da hin. Hääääh. Alter. So viel. Feuer. Geschütze oben reißt schon. Boah. Viel. Acht Punkte haben wir. Können wir uns noch einen holen. Wo kommt der raus? Wo kommt der raus? Da? Ne. Hier unten. Ah. Hier unten. Geh mal bitte mit nach da. Rakete. Ah. Die kriegen das hin. Wo ist der Sniper? Der Sniper? Ach der Sniper ist hier. Der extra Sniper. Haben wir noch einen? Ne. Wir können vielleicht noch ein Jahr können machen. Dann machen wir doch noch ein Kommando. Weil wir doch genug gedacht nicht haben. Juhu. Läuft, Baby. Da können sie auch mal mit angreifen. In die Richtung. Alle auf die Base. Die Flammenwerfer. Obwohl die Flammenwerfer sehen gut aus. Obwohl sie so nah dran stehen. Muss ich sagen. Ja. Kill all Hives. Juhu. Mission one. Tja. Yes. Das war lässig. Muss ich sagen. Wie viel Geld haben wir gekriegt? 10.000. Haben wir nicht Geld. Sondern 10.000 vernichtet. Wir kriegen Money. Aua. 80.000. Ja. War recht schnell. Muss ich schon sagen. Mortar. Dieses geile Geschütz. Was ich als ein Intro glaube ich da gesehen habe. Buffen müssen. Nämlich ist das zweimal das gleiche. Na gut. Wir nehmen uns erstmal den Mortar. Und wir holen uns. Wo ist denn der Sniper? Ist der noch da? Ne. Da ist der Sniper. Den holen wir uns dazu. Und machen dafür eine Story Mission. Acht Minuten. Acht Minuten. Acht Minuten. Ja doch hau rein. Komm. Priep. Blalalalalalalala. Sorry Mission. Captain. Ich brauche deine Hilfe. Auf einem etwas leckersten Fall. Ich brauche euch, um ein Schipment des Forschungsmateriales zu einem distanten Kaffestach. Wir sind nichts engagiert auf das Kapitärische Territory. Dieses Zeitpunkt. Aber keep the aliens out of the carrier's hair. Briefing abgeschlossen. 35.000 kriegen wir. Sniper haben wir extra dazu. Und ein Mortar. So ein richtig geiles Geschütz. Aber nur zum Hinstellen. Was, 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 was. Können wir den gleich bauen? M-M-Mortar, Mortar, Mortar. Da. 4 BP. Geil. Achso. Mini Radius haben wir hier. Dahin bitte. Konvoi in 6. Wo kommt der Konvoi? Woa, geil. Sniper. Können wir jederzeit wieder abbauen dann. Wir holen noch ein... Dieses Heilungsding. Ja, genau. Sofort hinbauen. Sofort. Das ist wichtig. Kommt der lang... Ja. Den sollen wir verteidigen? Sag mal, was geht. Achso, die kämpfen mit. Oh, dann. Geht's ja schon fast. Geschütz hilft hier ein bisschen. Sieht gut aus. Oh, Geld. Guck mal. Ich würde sagen, den holen wir mal schnell. Vielleicht mal wird an. Gehen jetzt zurück. Sel. Wir müssen doch einen anderen Turm bauen. Da bitte hin. Bau, 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 bau. Und jetzt angreif an. Super. Du müssen hier so angreifen mit. Nein, nur du willst da unten. Helf einfach mal da mit. Das ist richtig dort. Ich hoffe, die halten so durch. Dann fahren die durch und dann sind sie weg. Okay. Nein. Feuer. So, Geld holen. Money. Ah, da kommt der nächste Konvoi da unten. Das Geschütz ist hier relativ gut. Fast gut. Äh, Minenfeld. Bauen wir hin da. Wird mir sonst so heikel. Oh, Konvoi kaputt. Protect the Konvoi. Wir machen hier draus ein Kommando. Offizier. Ja, zurück, 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 zurück. Zu viel Schaden. Zu viel Schaden. Hier brauchen einen Heiler-Bot. Ah, da unten läuft es gerade noch so. Konvoi ist durch, gut. Lassen wir mal hier. Wo haben wir noch welche? Da haben wir drei, drei, drei. Boah. Konvoi kommt auch gleich wieder. Den schicken wir mal da hin. Den gehen wir mal da zum Angreifen. Boah, der Laser ist da im Haar. Ein MadSniper. Ach, der macht die Tower kaputt. Oh. Sauber. Der ist sau. Der ist richtig cool. Konvoi kommt hier durch. Nur da hinten bleibt er noch ein bisschen hängen. Ja, da kümmern wir uns gleich drum. Ach, guck mal hier. Manni. Pulsier. Komm schon. Und los. Wir brauchen das. Boah, renn schneller. Das geht. Rutan. Brutant Bombardement. Hört sich nicht so schön an, wie es sich anhören sollte, glaub ich. Und ein Tower bitte hierhin. Zack. Die werden hier. Oh, Bombardement hier. Ist das Ding weg? Oh, cool. Aber wir machen die hier unten. Haben wir die neue gekriegt? Ne, das sind unsere. Ne, das sind unsere. Oh, wir haben neue weggekriegt. Das ist schön. Zwei Sniper, Tatsache. Wir haben ihn neu gekriegt. Drei, vier. Ja, lassen wir ihn hier stehen. Das ist gut. Der hat gute Reichweite. Der ist hier in Ordnung. Den schicken wir mal nach da. Yes. Wieder zerstört. Slash. Krach. Bang. Der ist hier richtig. Ähm, ja. Und wie lange? 14 Dinger. Get caught creates to get BP. Okay. Okay. Es wird also schlimmer. Wir brauchen die Punkte. Dann nimmt mal einen hier vorne. Das kann weg. Das kann weg. Und wir müssen hier einen neuen bauen. Nein, was geht ab? Verdammte Axt. Ich wollte gerade vorrücken. Komm schon, komm schon, komm schon. Macht sie platt. Habt euch nicht so. Kann mal rüber da. Ja, komm schon. Yes. Super. Neue Punkte. Wir holen hier einen Typen ran. Der baut gleich mal einen Ton. Wenn wir so nett sind. Die halten es noch durch. Das ist schön. Ah. Läuft schon mal ein bisschen besser. Der kann man schrot werden hier vorne. Läuft, läuft. Hier oben läuft es noch nicht. Der da muss weg. Da kommen viele. Ex caught crates. Dann geht mal nach oben. Helfen. Dann gehen die alle kaputt hier. Durfte nicht sein. Ah, das ändert euch gut. Dann gehen die alle kaputt hier. 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 ich glaube ich steig einfach zwischendurch mal glaubt schon wird es sonst nicht lohnen also wäre ich so echt knapp das noch was money da muss auch money einsammeln holt's euch ah der wird einge naja egal hier holt uns das money und er hat sich das da kann man sich vielleicht ein tower hinbauen ja noch haben ist der hier sicher ein tower hier super dahin da hier dann nehmen wir die ecken und ein bisschen was von einer seite mal sicher